Grüß Gott und herzlich Willkommen in meiner Ordination. Ich bin seit mehr als 15 Jahren als Facharzt für Orthopädie in Wien und Wolkersdorf tätig. Mir ist es ein besonderes Anliegen, für Sie als Patientin oder Patient ausreichend Zeit zu haben und bereits bei der ersten Sprechstunde Sie von chronischen oder akuten Schmerzen zu befreien. Durch die Entwicklung der Orthopädie ist es heute möglich, bei sehr vielen Problemen, sei es Schulter, Hüfte, Knie oder Fuß, die entsprechende Lösung anzubieten, sodass Sie rasch wieder Ihre Beschwerdefreiheit und Lebensqualität erreichen. Zögern Sie nicht, vereinbaren Sie gleich einen Termin, am besten telefonisch oder im Internet unter doctena.at. Auf Wiedersehen.